So macht Unterricht Spaß. Da kündigt sich mal eben Chartstörmerin Jennifer Kaye in der Bewinsener Dormannschule an für ein Konzert in der Pausenhalle. Musiklehrer und Gitarrist Per Frenzke hatte bei der jungen Sängerin mal nachgefragt, ob sie auch für einen guten Zweck spielen würde. Die Antwort lautete Ja und Jennifer sang zahlreiche Songs, unter anderem aus ihrem Debütalbum. Erst im Januar war Jennifer Kaye bei der First Class Session in der Jabelmannhalle zu Gast. Auch ansonsten kommt die Sängerin viel rum, wobei der Auftritt in einer Pausenhalle wohl einmalig bleibt. Nun genug der Worte. Hören wir uns doch lieber an, wie Jennifer Kaye es schafft, eine ganze Schule mitzureißen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.